Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir lernen heute im Kapitel 1 der Kommunikation die Verben auf ennen, brennen, nennen. Nun das Verb kennen. Ich konjugiere das Verb kennen. Ich kenne, du kennst, er, sie, es kennt. Und im Plural regelmäßig wir kennen, ihr kennt, sie kennen. So auch die Höflichkeitsform. So, neu ist nun, kennen ist ein Verb mit Akkusativ. Also, nachkennen steht immer der Akkusativ. Ich kenne dich, ich kenne den Mann, ich kenne die Familie, ich kenne die Nachbarn. So, Olga, jetzt sind Sie wieder an der Reihe. Konjugieren Sie bitte das Verb kennen. Ich kenne, du kennst, er, sie, es kennt, wir kennen, ihr kennt, sie kennen. Sehr gut. Der Mann, Nominativ. Kennen Sie den Mann? Ja, ich kenne den Mann. Die Frau. Kennen Sie die Frau? Ja, ich kenne die Frau. Kennen Sie das Kind? Ja, ich kenne das Kind. Kennen Sie die Nachbarn? Ja, ich kenne den Nachbarn. Kennen Sie die Nachbarn? Ja, ich kenne die Nachbarn. Die Nachbarn, ja. Kennen Sie den amerikanischen Präsidenten? Nein, ich kenne den amerikanischen Präsidenten nicht. Nicht, ich auch nicht. Wir kennen ihn aus dem Fernsehen, aus der Zeitung, aber nicht persönlich. Danke, Olga.